Ähm, herzlich willkommen und ich würde aber ganz kurz sagen, dass es ein kleines Ankündigungsvideo ist. Äh, ich hab auch ein Mikro aus dem komischen Stativ da geholt und chill jetzt hier einfach nur so. Ich hab ein grünes T-Shirt an, aber ich hab jetzt keinen Bock, mein anderes raus zu ziehen. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Leute, wir sind auf der Gamescom, wie ihr auch schon hier sehen könnt. Ähm, wir sind am Samstag. Ich glaube, ich kann euch jetzt nicht sagen, wo und wann wir sind. Auf jeden Fall, wenn ihr uns auf der Gamescom treffen solltet, wenn ihr zufälligerweise da seid. Ich weiß ja nicht, wie meine Zuschauer da sind, wie meine Zuschauer nicht da sind. Und, ähm, ja, unbedingt mal auf Twitter vorbeischauen. Da werde ich auf jeden Fall, äh, regelmäßig posten, wo wir uns dann gerade aufhalten, in welcher Halle und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ihr mich seht, einfach mal ansprechen. So, ich weiß nicht, einfach mal chillen, grillen, Kasten killen, ihr kennt das ja. Und, ähm, ja, dann können wir das definitiv machen. Und, ähm, ich muss schon echt sagen, ich bin schon ein komischer Mensch. Ich meine, das kommt dabei raus, wenn man sich so sagt, ey, komm, ich mach ein Ankündigungsvideo. Komm, komm mir nicht mit großen Armen, die du kennst. Wir trinken auf, verlieren lassen, Abwecher vergolden. Feiern hart, feiern weich auf die lila Wolken. Es ist schon, äh, mehr oder weniger verstörend, ja. Dann hätten wir das Musikcover auch mal abgehakt. Können wir direkt auf der Liste streichen. Check. Und, ähm, ne, also auf jeden Fall, wir sind auf der Gamescom vertreten. Und, äh, wenn ihr Bock habt, äh, es sind ja noch viele Kollegen von mir da, mit denen ich auch noch, äh, eben gerade geschrieben habe, wie sieht's aus. Ob man sich mal mit denen treffen könnte, ein bisschen chillen, weißt du. Äh, wenn man sich schon einmal im Jahr sieht, dann sollte man das auch nutzen. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall, wir sind da. Das hab ich jetzt schon fünfmal gesagt, das ist mir jetzt aber auch scheißegal. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Äh, unbedingt auschecken. Und unten ist ein Videolink, also ein Videolink, ein Link zu Twitter, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, da wird regelmäßig gepostet, wo wir uns aufhalten. Und, ich freu mich auf jeden Fall auf euch. Und, wir sehen uns dann am Samstag auf der Gamescom. Wiederschauen und reingehauen!